und willkommen zurück zu let's play lato 2.000 17 letzten stinke blieben und und anderen seiten immer noch dabei hier uns hängen mit holz voll zu machen schau mal wie viel uns die scheiße einmal überhaupt ich könnte ausrasten wenn ich den typen dahinten sehe ob der scheiße da baut macht schwer jetzt kommt der schwerer baum wegen ländegängigen traktor ist oder 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 so eifer ist leute wenn er aber auch mal vernünftige anvisieren soll ja so hänger schön voll dort gibt es auch weniger geld hier der aber ja 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 Ein von Korntank, ja. Wo ist der Spenner hier, der muss doch hier hin. Ja, da sitzt man immer gerade da hin. Scheiße, muss ich auch mal kaputt verhalten. Vorher nehmen wir aber gerade die Eier noch rein. Werte Damen, soll man ja aber das Zeug halt hier. So, Abflug. Dann kannst du ja auch direkt gleich anfangen, kein Öl bereit sein, sondern Gras anzupflanzen. So, brauche ich mal einen Hänger, weil ich das da unten sehe. Allein das deshalb mache ich schon die Mais schon nett hier drauf. Dummer Helfer. Ja. Ich weiß nicht, dass du was, der Typ. Oh Da machen wir jetzt nicht los. So, warte, wo ist unser nächstes Opfer? Mal sagen, hier die Päume. Aber jetzt schmatsch. Kommen wir mal so. Fertig. Schräg. Kann, soll noch einer verstehen, ne? Die kriegen echt nicht geschissen, dass die Bäume fallen. Vor allem alle 17, äh 15 ja schon so. Baum fällt. Baum fällt. Nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich. Kommt noch mal an, jetzt hier. Die Spitze weg. Du bist du, du bist du. Dr. Fantastisch. Du bist du, du bist du. Du bist du nicht. Du bist du bist du. Dann können wir die Hände jetzt hier starten, das ist übrigens erst den Mais noch weg. Wie kann er als nur so ähnlich sein bitte? Ja oder doof hat man helfen, kaum verbessert, gut hier und da ein bisschen, aber trotzdem sind die Leute noch nur Scheiße, nö Arschlöcher. Kannst du jetzt hier in Ruhe einsehen? Sowohl der Gras als auch den, ähm, den, ähm, den, ähm, den, ähm, den, ähm, den, ach man, die Sojaboden. Und dann, du musst dich erst mal wieder zurück. Und dann, du mal die Börse auf eine Form, die mal weg. ich muss jetzt nicht ganz voll machen einfach noch mal zu woher zu gucken wird krieg ich hat krieg ich dafür bei den dress ja ich kann es nicht mal bitte stehen lassen dann brauche ich mir anders liebes schneit weg würde hier ist gleich übernächste woche folge oder so vielleicht nächste folge schon was soll das von weg hier dann kann man ja krass einsehen haben wir die bäume auch wie viel wir hier für die bäume kriegen immer spannend ist auch vieles oder mit nix ist so mein Freund dann kannst du jetzt hier abernten abernten einsehen wollte ich sagen dann sehen wir bitte das Gras an wah wachs aber e wah 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 Aha, fehlt mir noch, was fehlt mir noch. Oh. 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 Ich frage jetzt gut zu wissen, wo kann man wieder das meiste Geld an Säger dafür, ne? Hehe, Physik gleich Null hier gerade. Oh, ich bin jetzt so großartig. Oh. 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 noch ich hab noch schön hier Spanien auch da drum und jetzt gibt es noch einige Ärger mit der Polizei so, warum muss ich es überhaupt lang oh da hinten muss ich lang äh ich brauche datier Marker setzen ja guck mal warum ist das hier alles bringt wir haben zwar echt viel drauf aber ähm naja das habe ich ja nix ne so müssen wir ein bisschen weiter nächste rechts dann links also nicht die nächste rechts dann links habt ihr das gesehen wie die sau ja komm her mach dich platt hoppala da war ich etwas schneller unterwegs hat mich kein schwein gesehen und in spanien war längst überfällig so wir können keine stoffen abstaubel weg wegschicken können sogar haben wir aber wir haben es keine bedeutung dafür für trotz transportieren aber nicht für es so 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 muss ich noch eins machen machen kriege irgendein gold kumpen also so 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 kann man hier auch verkaufen herrlich so so dann schauen wir mal wie wir die scheiße verkauft kriegen mehr schau mal gerade sich an so 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 Ja, ja, ich weiß. Wollen wir aber jetzt noch gerade. Gesichert haben wir, ja? Wenn wir uns jetzt hier versenken. Oh, ja. wir bringen dann eher nett ne leute wird uns in der nächsten folge wieder bis dahin